Oh, sorry, äh, ich hab grad versehentlich einmal die Aufnahme gestoppt. Scheiße, ich hab das ja auf die 1 gepackt. Ah, jetzt ist da wahrscheinlich ein kleiner Schnitt drin, tut mir leid. Ich muss jetzt echt mal auf eine andere Taste packen. Ah, ich seh'n den Arsch auf. Okay, hat sich erledigt. Ah, scheiße, 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 scheiße. Oh, noch ignoriert er mich. Äh, Soldaten, ganz schnell, Soldaten. Noch kümmert er sich, ist alles gut. Ein bisschen Holz, bitte. Ey, Aida, ich hab... Ich kann's leider wieder nicht sehen, ne? Ah. So, so. Ich brauch mehr Militär. Das ist wahrscheinlich das Erste, worüber ihr euch wahrscheinlich jetzt ärgert. Drei, drei, vier, fünf. Äh, okay, dann doch nur drei. Okay. So, wichtig ist auch... Ich würd sagen, ich hol mir auch mal ein paar Reiter hier. Passt nicht so. Passt nicht so. Na gut, geht nur einmal. Aber ich glaub, das Ding da vorne krieg ich kaputt. Geht's den hier? Ja, dann geht's gut. Irgendwo kämpft hier einer. Achso, hier hinten, ja. Gott sei Dank bärt er sich hier nicht. So, der hier hat ja angefangen, meine Mauern hier weiter auszubauen. So. Ja, mit nem Hafen kann ich grad echt nicht so viel machen, weil... Ich will wirklich jetzt nicht den Feind irgendwie auf mich hetzen. So, ihr baut jetzt bitte... ...schönen Stall. Ich würd sagen, wir machen mal Ritter. 60 Nahrung, 75 Gold. Ich würd sagen, wir machen das sogar. Na gut. Ich bin Fritter. Zumindest mal eine Grundbasis hier. So, ich werd jetzt auch... ...wenn ich das nicht schon gemacht hab... ...so, mal verbinden und dann werd ich mir ein paar Marktkarren hier bauen. 150 Gold. Na, scheiße. Geht noch nicht. Jetzt aber. Eine zumindest. So, die sind noch am Gold-Up-Farmen. Puh. Äh, äh, äh. Ich glaub, ich baue mir auch hier ne Burg hin. Einmal bei mir drin. Alter, ist der echter... Ich glaub's nicht. Der Speer ist echt bis ins feindliche Lager gelaufen, ne? Hehe. Scheiße. So, nächstes Zeitalter. Ich kann ja nicht sehen, was ich brauche. Ich glaub, Gold oder so hab ich gebraucht. So, äh, äh, äh. Ihr könnt helfen. Ihr könnt dort helfen. Pol 2 nehme ich nochmal für das Schloss. So. Geniere wollen wir haben. Dann brauchen wir aber auch noch Bogenschützen. Ganz ehrlich, ich hätte so schlau sein können, wenn ihr mir dieses Gebiet hier nehmen soll, ne? Da ist ja nix. Äh, dann baue ich mal ein Tor zwischen. Was ist so? Gott, zum Glück ist die KI teilweise so verblödet. Äh, mein anderer Verbündeter setzt auch offenbar irgendwie auf, äh, Defensive. So wie es aussieht für mich. So, die setze ich jetzt erstmal nur für den Notfall ein. Bis ich mich ein bisschen aufgebaut hab. Äh, ich hätte am liebsten hier so ein Tor hingebaut. Ah, komm. Mann, dreh mir das hier immer an. Ja, gut, dann bauen wir sowas hin. Und da dran bauen wir dann ein Tor. Und er fragt wieder, was ich soll. Wo soll ich es bauen? Ein bisschen Gold, bitte. Okay, mein 500 Stein hier. So, ich brauche davon noch was. Was ist denn so? Was ist denn so? Ich brauche noch mal zwei davon. Drei Kasernen ist natürlich immer noch nicht genug, weiß ich. Schon klar. 1000 Nahrung, 800 Gold. Ah, gut, da fehlt mir noch ein bisschen. Das spare ich jetzt darauf. So, mein Gebiet dann nochmal erweitert. Hier muss ich jetzt nochmal was bauen. Baut er das nochmal hier zu. So, am besten fängt er dort an, damit er sich nicht zubaut. So, mit denen baue ich nochmal eine andere Militärbasis. Und zwar für Bogenschützen. Am besten auch, wenn ich den ganzen Platz hier ausnutzen. Jo, du sollst dir... Ne, hast du schon verstanden. So, jetzt sind tatsächlich alle Arbeiter hier... Nein. Der Penner, ey. Der hätte hier echt ein Bergarbeiterlager gebaut, um mein Gold mit abzufarmen. Oh, hier kämpft irgendwo einer. Oh, scheiße. Guck, der Verbündete war ein Problem, ey. Scheiße, 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 scheiße. Oh, Mann, ey. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, dass ich denen hier nicht so krass helfe. So. Nehme eine Forschung hier. Kann ich das jetzt? Ja. Vielleicht geht es in Imperialzeit. Dann muss ich echt mehr effektiv meinen Verbündeten hier helfen, ey. Okay, das geht es noch nicht weiter. Ich habe echt ein schlechtes Gewissen. Vor allem, der hat zu viele Nachkampfeinheiten. Der kann nicht wirklich was machen. Der Feind ist in meiner Stadt. Ja, ich weiß. Schiffe bringen jetzt nicht so viel, glaube ich. Da brauche ich Artillerie. Habe ich nicht. So. Werde ich mal mit den Arbeitern hier? 200 Holz. Ich brauche mit denen mal ein, zwei Waffen schmieden. Hier hinten. Zwei Stück. Kann ich den Verbündeten ein bisschen besser unterstützen. Ja. Der cleart hier. Das ganze Stück. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Noch eine Burg baue ich nicht. Was ich aber... Gut, alles habe ich, ne? Ich habe eine Paserne. Das habe ich. Dann schauen wir mal, was wir noch so machen können. Ach ja, natürlich. Habe ich mal wieder was vergessen hier. Ganz wichtig. Bauen wir noch eine Uni. Nächste Zeit, Alter, ist gleich erreicht. Reisere Mauern brauchen wir hier am Start. Kavallerie bewegt sich schneller. Machen wir. Schmiede. Infanterie und Kavallerie haben mehr Angriffsstärke. Machen wir. So, letzten 10% laufen. Wo ist mein Arbeiter von... Ah. Ja, hey. Letztes Zeit, Alter, erreicht. So, ich bin ja ein Fan von den Planklern, weil die so billig sind. So, nochmal letzte Forschung, um schneller zu arbeiten. Dann haben wir das Thema nämlich schon mal komplett erledigt. Ach, die sind schon durch. Hacke, ey. Na gut, das geht schon, wird schon gehen. Mit dem Gold hier, das ist mir Clown. Das ist ja nur ein Arbeiter dort. So, sinkt die Gebühr, geht noch nicht. Sinkt die Handelsgebühr, geht noch nicht. Vier Karren. So, in der Uni möchte ich erstmal bessere Mauern erforschen. 200 Nahrung, 100 Volts. Tatsächlich fehlt uns Nahrung. Da muss ich was machen. Na, komm, jetzt. So. Gut, dann habe ich wohl, glaube ich, jetzt zwei neue Feldarbeiter. Na, komm, 60 Holz, Mann. So. Wird doch wohl drin sein hier. Ich freue mich erstmal gleich, wenn meine Mauer gut am Start ist. Wie geht's denn, mein Feind hier? Äh, mein Verbündeten, meine ich. Wird echt eher genervt, ne? So, ich finde ja den Skorpion richtig geil. Wirksam gegen große Verbände. Er schussschädigt mehrere Einheiten. Schwach gegen nahe Einheiten. Äh, klein... Gut zum Angreifen von kleinen Verbänden. Großer Wirkungsbereich. Ah, ich weiß gerade nicht. Habe ich jetzt den? Ich werde dann, glaube ich, den hier nehmen. Ich werde ein paar davon bauen. Äh, einen, zwei. Zwei Stück kann ich bauen. Ich habe hier eine Fliege in meinem Zimmer. Die ist mir gerade ins Gesicht. So. Scheiße, ist echt zu wenig Holz, ne? So, wir sind ja bei des Monats. Immer noch am Start. So, Mauern sind durch. Bauen wir mal ein bisschen unsere Armee aus, wenn das geht. Ah. Davia, ne, haben wir auch nicht viel. Oh. Ganz ehrlich, ich mache jetzt mehr Mitarbeiter. Das ist mir zu nervig hier. Oh, acht neue Leute an den Bäumen müssten erst mal reichen. Warte mal, hier irgendwo fetzt sich doch jemand. Ach, sie machen wieder den feindlichen Hafen kaputt. Die kenne ich ja nicht anders. Mach mal gleich hier die. Das geht noch nicht. Alter, hier geht noch so viel nicht. Ey, ist doch total nervig, Mann. Drei Felder nochmal am Start haben. Ah, die Wege sind auch ein bisschen zu weit hier. Das sieht man eigentlich schon. So. Und Defensive muss ich ein bisschen ausbauen. Die ganzen Soldaten stehen hier rum. Ich glaube, ich muss ihnen Befehle erteilen oder so. Von wegen, ja, helfen wir beim Feind oder so. Muss ich mal gleich dran denken. Auf jeden Fall kann ich bald hier auch mal Angriffe starten. So, schauen wir mal. Freie Arbeiter haben wir ja auch noch welche. Die können gleich Holz fällen hier. Boah, viel, viel mehr Holz. Das sieht man auch. Und auch wesentlich mehr Nahrung. Also, ich glaube, ich brauche sogar noch mehr Felder hier. Ach, da haben wir auch noch. Sogar zwei stehen. Holen wir uns nochmal ein paar Felder. Wobei, wir haben... Das haben wir. Könnte hier erschaffen. Ah, wir haben eine Reliquie vor der Tür stehen, ne? Ich glaube, dann baue ich sie hier so hin. So, und die eine wird auch eine Feldarbeiterin. Dankeschön. Das ist auch ein Feldarbeiter. Das ist auch ein Feldarbeiter. Na komm. So wird's gemacht. So wird's gemacht. Komm schon, komm schon, komm schon. Eine Salbe kriegt ihr noch. Nein! Boah, diese Kackschiffe. So, Kirche steht. Mach ich mir meinen Priester. Mönch. Ein bisschen Holz, bitte. Kriegst du immer noch nicht. Blühne Geschosse hätte ich gern. Dann bauen wir uns nochmal ein paar Wagen hier. Gold haben wir richtig gut am Start hier. Durch unsere fette Mine hier. Alter, der bringt ja immer mehr Arbeiter dahin, ne? Mann. Ist ja nicht so, als bräuchte ich das. Ah, scheiße. Ich hab vergessen, die Arbeiter hier noch irgendwie was machen zu lassen. So. Hallo, Mensch. Nimm bitte Reliquier. Ich glaub, ich werd auch nochmal was hier versuchen. So, der wird erstmal nochmal ein Feld anbauen hier. Ah, wollen wir noch Platz? Da haben wir Platz. Vielleicht werd ich auch nochmal an anderen freien Einheiten nicht verfügbar. Gut. Lass dich nochmal ein paar Reliquier aufgenommen. Oh, ich hab leider vergessen, wie das nochmal mit den Reliquien aussah. Ich hab aber, glaub ich, irgendeinen Boni bekommen, soweit ich weiß. Ja, weit ist genug da, dass ich hier noch echt lange klarkomme. Das ist ein Dorfbewohner. Ist doch eben irgendwas. Da ist er. So, mal sehen, was gleich passiert. Ich weiß es grad echt nicht so genau. Mir auch leid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. ив